Musik Streng geheim, militärisches Sperrgebiet, Schusswaffengebrauch. Jahrzehntelang war die Station auf dem Tscherkhof streng abgeschirmt. Nur wenige hundert Meter entfernt von der oberpfälzischen Stadt Waldmünchen. In der langen Reihe von Militäranlagen entlang der bayerischen Ostgrenze war die auf dem Tscherkhof am längsten aktiv. Jetzt sind rund um den Berg andere aktiv, Zivilisten. Allen voran die Wanderer und die Mountainbiker. Ob von Osten oder Westen aus, lassen sich viele interessante Punkte entdecken, zum Beispiel dieser Kohlenmeiler. Viele derartige Anlaufpunkte hat Karl Reitmeier in einem Wanderführer zusammengefasst. 14 Routen sind es, jeweils sieben von Bayern und sieben von Tschechien aus. Bei der kürzesten ist man ungefähr eine Stunde unterwegs. Mittendrin, Hahn und Henne, eine Plastik aus übrigem Material einer Wasserleitung, die vom Tscherkhof nach Bayern führt. Vorbei auch an einer Oberpfälzer Kuriosität, dem rückwärts laufenden Wasserrad. Kein Trick übrigens, denn sonst würde ja der Bach aufwärts laufen. Heute kann man die Grenze problemlos überqueren, in jeder Richtung. Noch vor einigen Jahren wäre für Wanderer oder Radler hier das abrupte Ende gekommen. Reitmeier und seine Wanderfreunde gehen regelmäßig zum Tscherkhof. Auf inzwischen bestens markierten Wanderwegen mit dem Auto ist auch heute noch verboten. Dann endlich der Gipfel des Tscherkhofs und damit auch jene Anlagen aus der Zeit des Kalten Kriegs. Die sagen, das alte Klump gehört längst wegrissen und die anderen sagen, nein, das sollen wir erhalten, weil das ist doch irgendwie, erzeugt das eine gespenstische Stimmung. Noch eine Besonderheit auf dem sonst unbewohnten Gipfel, das kleine Museum von Bistrovirt Lukas Niermecek, der hier noch aushält. Von Klement Gottwald, der in Tschechien ein stalinistisches Regime aufgebaut hat, über russische Militarier, alten Verbotsschildern, bis hin zu einem regelrechten sozialistischen Sammelsurium. Heute ist der Tscherkhof als buntes Pop-Art-Motiv auf Ansichtskarten zu finden. Langsam verflüchtigt sich die Beklemmung, macht der Begeisterung über die Ausblicke bis tief in den Bayerischen und Böhmerwald Platz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Beklemmung des ZDF für funk, 2017